Das ist immer eine steile These, wenn Sie heute sieben Volkswirte fragen, wie es mit den Zinsen weitergeht, dann kriegen Sie wahrscheinlich neun Meinungen. Also das Thema Zins ist etwas, was uns in den letzten Jahren ja ziemlich enttäuscht hat. Also nicht nur uns, unsere Kunden natürlich auch und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wir haben unseren Kunden empfohlen, so wenig wie möglich im Zinsbereich anzulegen. Aber die Situation hat sich geändert. Es ist, denke ich mal, auch nichts Neues mehr. So ziemlich jeder sieht, wir haben wieder Zinsen, es macht Sinn, das Zinsportfolio wieder aufzubauen und wir selber raten unseren Kunden, das auch zu tun. Wobei wir momentan aber auch sagen, noch nicht alles jetzt auf eine Karte setzen, weil wir schon glauben, dass es noch bessere Gelegenheiten geben wird in den nächsten Monaten und vielleicht sogar ein, zwei, drei Jahren. Zinsplateau, ja sind wir auf dem Weg dahin oder sind wir sogar schon drauf? Ist eine Frage, ist echt erstaunlich, wenn man mal zwei Jahre zurückspult, da hatten wir Negativzinse und jetzt unterhalten wir uns über das Zinsplateau. Das finde ich schon sehr beeindruckend. Die Antwort ist, ich weiß es nicht. Ich weiß aber, dass die Zinsen, die wir jetzt bekommen, in den verschiedensten Segmenten extrem attraktiv sind und es ist jetzt aus meiner Sicht, aus unserer Sicht eine sehr, sehr gute Zeit, diese höheren Zinsen im Unternehmensanleihbereich, im Staatsanleihbereich, bei Funbriefen, bei Emerging Markets, bei allen möglichen Untergruppen sich einzuloggen, weil ich glaube, das Zeitfenster wird nicht ewig so bleiben. Aber jetzt für eine mittlere Laufzeit sich attraktive Zinsen einzuloggen, ja. Das heißt also ein Rentendepot hat auch wieder eine Zukunft und auch in den ausgewogenen Portfolien macht es Sinn, den Anteil etwas wieder zu erhöhen. Ja, wir sehen Anleihen mittlerweile als sehr attraktive Anlageklasse. Das Zinsniveau ist mittlerweile sowohl im Dollarbereich als auch im Eurobereich sehr attraktiv. Die Renditen mindestens auf Dividenden-Niveau, wenn nicht sogar ein bisschen darüber. Insofern ganz klares Votum, Anleihen wieder sehr verstärkt ins Portfolio mit aufzunehmen und mittlerweile sind wir fast 50% unserer Asset Allocation im Anleihebereich und insofern ganz klares Votum pro Anleihen. In Corporate Bonds, Investment Grade oder eben Emerging Markets Government in Hard Currency. Das ist das, was wir im Moment sehr stark in unseren Portfolien wiederfinden. Ja, Zinsplateau, das ist immer eine steile These. Wenn Sie heute sieben Volkswirte fragen, wie es mit den Zinsen weitergeht, dann kriegen Sie wahrscheinlich neun Meinungen. Das heißt auch, wir wollen uns da nicht klar festlegen. Ganz klar, aber man muss in Anleihen wieder investiert sein, weil es einfach eine Asset-Klasse ist, die wieder zu alter Stärke gefunden hat und die auch quasi einen Diversifikationseffekt bietet. Und das kann sowohl das kurze als auch das längere Ende sein. Ganz klar, wir wissen nicht, wo die Reise hingeht. So frei bin ich auch. Und deshalb ist es wichtig, in Anleihen investiert zu sein und dort im Zweifel das Engagement auch weiter auszubauen. Das muss man ein bisschen differenzierter betrachten. Das Zinsniveau in Brasilien und Mexiko als Beispiel hat ein so hohes Niveau erreicht, im Gegensatz zu den runterfallenden Zinsen, dass es da eher sinnvoll wäre, dort etwas aufzubauen. In Europa, denke ich, kann man sich noch ein bisschen Zeit lassen. Das heißt, die Durationen sollte man zwischen drei und fünf Jahren wählen und nicht länger, denn der Zinspart in Europa ist noch nicht zu Ende. In Amerika kann man sich auch ein bisschen Zeit lassen. In Amerika läuft die Wirtschaft sehr, sehr gut. Das heißt, man hat noch viel Platz für Zinserhöhungen. Wahrscheinlich gibt es noch die ein oder andere Zinserhöhung und dann sollte man auch sein Anleihenportfolio aufgebaut haben. In Asien währenddessen rate ich ab. In Asien ist es eher so, dass die Zinsen eher auf einem Niveau sind, was wahrscheinlich sogar noch steigerungsbedürftig ist. Ich spreche vor allem von Japan und von China. Also asiatische Anleihen in diesem Jahr nicht andere.